Moin und Willkommen zu einer neuen Folge X4. Ich befinde mich an Bord der Nemesis. Und wie beim letzten Mal erwähnt, wollte ich zumindest dahingehend einmal wieder Offscreen weitermachen, dass das Geld wieder da ist für ein L-Schiff und zwar einen Miner. Und da würde ich jetzt tatsächlich von den Teladi einen Miner kaufen. Die finde ich eigentlich recht cool. Die sind sehr teuer. Aber gerade hier die Kranich E finde ich doch ziemlich stark. Also wenn ich jetzt beispielsweise hier meinen Loadout nehme. Der kostet jetzt 5,6. Das ist mal wieder teurer geworden. Okay, die Wirtschaft hat zurückgeschlagen oder zugeschlagen. Aber der ist halt verdammt gut. Also der hat extrem viele Schilde. Der hat ausreichend Kapazitäten. Der hat recht viele Geschütztürme. Im Falle des Miners, also des Schürfers hier. Allerdings auch für Schürfgeschütze draufgehen. Mal gucken, wie viele haben wir jetzt. Wieso sind wir hier zu viel günstiger geworden? Ach! Haben wir hier irgendwas? Irgendwas haben wir im Glück gerade? Gehen wir nochmal da hin zurück. Genau, kostet 5,6 Millionen. Jetzt habe ich nur noch 5,5 Millionen. Wie sieht es denn mit dem Gas meiner aus? Ja, der kostet mittlerweile fast 5,6 Millionen. Als ich mir das konfiguriert habe, war das bei 5,0 Millionen. Als ich bei der letzten Aufnahme geguckt habe, war es 4, irgendwas. Also das wird schon alles teuer. Tja, wie machen wir das jetzt? Jetzt stehe ich doch wieder da ohne das Geld. So, 59.000 kommen noch rein. Das ist nicht ausreichend. Wir befinden uns gerade dort in zweiter Kontakt. Wir könnten natürlich, was relativ simpel geht, ein paar Xenon weghauen. Dafür habe ich glaube ich eine Mission hier. Ja, das ist doch genau. Die bringt mir 429.000. Was haben wir hier noch? Ja, leider nichts gegen die Xenon. Aber wir könnten den Teladi, den wir jetzt auch was abkaufen wollen, den könnten wir noch ein wenig unter die Arme greifen. Ob wir sind jetzt wirklich die richtigen Teladi? Nö. Die Yaki Schiffe. Hm. Grüne Schuppel Schiffe. Ja, die habe ich mittlerweile auch gefunden hier drüben. Unter anderem. Das wären auf jeden Fall die Richtigen, das wäre nicht die Richtigen, das wäre zumindest Wir könnten hier natürlich auch erstmal weiter handeln lassen, das gilt natürlich auch von alleine und dann könnten wir eigentlich diesen Plot hier weitermachen, weil ich habe hier auch die Bomben fertiggestellt, brauchte dafür ja sechs verschiedene Materialien bzw. drei verschiedene A2, zwei Teile hatte ich schon, zwei Teile habe ich gekauft und zwei Teile habe ich erfarmt indem ich einfach hier Asteroiden kaputt gemacht habe, nach dem dritten Asteroiden hatte ich das Das sind die instabilen Kristalle Genau, dann könnten wir eigentlich damit weitermachen und wie gesagt die Händler mal ihre Arbeit machen lassen 100.000 kommen wir jetzt noch rein Und dann schauen wir mal, dass wir uns eine Kranich bauen und die Kranich quasi die Umsätze, die wir machen, noch mal deutlich erhöht Bis zum Ziel würde ich euch das vielleicht noch mal skippen Bis gleich Einen Weg müssen wir tatsächlich noch uns bewegen, aber da gibt es zum Glück diesen Highway, der scheinbar ins Leere führt Den werden wir jetzt noch mal eben nehmen Damit er uns im Hohle ist, lassen wir ihn auch erstmal im Hohle Sie sind auch im Hohle Sie sind auch im Hohle Sie sind auch im Hohle Sie haben bestimmt schon keine Entscheidungen getroffen, jedoch So und dann gucken wir mal, wie das gleich weiter geht Macht habe ich den Plot bisher noch nicht So, da ist auf jeden Fall schon mal die Station Dann werden wir ja wahrscheinlich gleich aussteigen müssen Ich werde jetzt auf Kontostand gucken 124 kommen rein, 5,6 haben wir Ich bin gespannt wie teuer das Schiff nachher ist Autopilot ausgeschaltet Autopilot hat mal wieder Schwierigkeiten Auf jeden Fall 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 Und dann Auf jeden Fall das ist so weit vom restlichen geschöhn? ne eigentlich nicht hier direkt an highway rüber oder das sprungturm und hier ein sprungturm rüber hier hoch halt nicht aber das ist ja auch leicht gemacht der frachter sollte bald hier eintreffen bringen sie die minen an den frachttransferschleusen an lassen sie sich dabei aber nicht erwischen ich kann mal gucken was wollte ich gucken genau das würde ich gucken was das hier für eine mission ist patrouillieren für wenigstens das packt ohne schuppe ich habe keinen Sinn so und dann ist schon das design ganz lang weit weg ok so dann passieren wir mal so 1 und 2 machen Sie besser, dass Sie da verschwinden Nemesis, Angreifer außerhalb von Andock Reichweite groß, hol mich ab irgendwo geht es doch, hol mich ab so blind oh wenn ich nicht, oder gab es das nur bei den Erzschiffen kann ich mir vorstellen Andock Erlaubnis erteilt Nemesis, Angreifer So, dann erwarten wir doch mal den Felikan, Verteidiger ein Frachter ein Felikan Du musst aber auch schon in der Mitte andocken, ne? Guck mal, was passiert hier, sagst du? Beziehungsweise, das kann man hier besser da sehen Getsu Fuhne Getsu Fuhne Getsu Fuhne, was ist denn da für ein Schiff gekommen? Getsu Fuhne Getsu Fuhne So, jetzt dockt auch mal an Wie sieht der Kontostand aus? 5,7 Ah, der kostet nur noch 5,2 Der ist wieder günstiger geworden Getsu Fuhne Aktuell bearbeitetes Bergbauschiff hat keine Bergbauausrüstung ausgebildet Das stimmt doch gar nicht Getsu Fuhne Kommt der da drauf? Ok, steht da immer Erbittererlaubnis zum Andocken Andockerlaubnis entfällt Na, ich will nochmal sicherheitshalbe gucken, ob alles in Ordnung ist Captain und Crew Drohnen sind da Software ist ausreichend Genau, das war so das einzige, wo ich nochmal überlegt hatte Habe ich sogar schon gemacht Hier sind die besseren Schilder auf den Auf den Antrieben Ähm Hier sind auch die besseren Schilde Könnte man gegebenenfalls später nochmal gegen Terranische tauschen Und jetzt Würden wir sagen Verkaufen es einfach mal Jetzt sind wir wieder pleite Das ist ja immer noch so weit weg Ist ja immer noch so weit weg Ich finde es nicht Ich finde es nicht Ich finde es nicht Aber Ja Oder auch nicht Ach scheiße, das Spiel läuft ja gar nicht weiter nebenbei Ach, das ist natürlich mega blöd, na, das sollte es sein, ne? Echt, ist das so einfach? Braucht man ein bestimmtes Schiff, dass das kann? Gibt das so aus, ne? Na gut Das ist aber die falsche Andockklammer Was ist da rüber? Was wollen Sie? Sende Ihnen jetzt die Informationen Wo ist deren Werft da? Achso, das ist die Teladi Werft, dann gibt es ja ja Das ist richtig So, dann gucken wir mal, ob da was passiert Jetzt können wir uns zurücklehnen und zuschauen Übertrage ferngesteuertes Detonationssignal Wendet euch, wir brauchen Unterstützung, jetzt! Und jetzt? Gut, wir hatten unseren Spaß Kümmern wir uns wieder um ernsthaftere Angelegenheiten Wir wollen Informationen zu hochrangigen Mitgliedern des Pakt sammeln Das sind die Leute, mit denen wir schlussendlich verhandeln müssen Da wir jetzt gezeigt haben, dass mit uns nicht zu spaßen ist, sind sie vielleicht etwas offener für Gespräche Wir haben eine heiße Spur Sie und die anderen Schiffe müssen sich bereithalten, falls sich eine passende Gelegenheit ergibt Wir teilen Sie der Sektorpatrouille zu Falls sich etwas entwickelt, lassen wir es Sie wissen Autopilot eingeschaltet Ausgerechnet hat die Quas-Entscheidung Naja, da haben wir ja gleich nochmal Spaß mit dem Xenon Das ist eigentlich mein Schiff Fertig? Tatsächlich? Ich glaube, den werden wir auch erstmal hier drin lassen Und wir werden damit beginnen Automatischen Handel zu machen in diesem Sektor Und das Ganze mit Sitzium Und einmal bestätigen So, das bedeutet, ihr müsst jetzt eigentlich hier starten Und das Sitzium farmen Dann bin ich mal gespannt So, meine anderen beiden L-Schiffe sind glaube ich hier National-1 Der Zerstörer ist hier am Handeln mit Medikamenten Und der andere Zerstörer Oder ist hier Der handelt mit Energiezellen Wie sieht denn das eigentlich aus mit meinem Personal? Hier sehe ich schon noch mein gesamtes Personal Da Wir haben ja doch schon ein paar ganz gute Der ist Service-Mannschaft Der auch So, aber das macht natürlich keinen Sinn Den Wo ist der Kranich? Da ist der Kranich Wo ist der Kaptain? Wo ist der Kaptain? Der Kaptain Von der Kranich Da Tut mir leid, aber Du musst weg Dafür Nehmen wir ihn hier Erreiche Erreiche Nupileus Glück 6 Erreiche Nupileus Glück Nein Wir nehmen ihn Erreiche System Frommer Nebel Der Kranich Der Kranich Als Kapitän So und wenn wir uns jetzt die Kranich nochmal angucken Dann müsste doch eigentlich Das war natürlich Quatsch Das muss ja auch ein Pilotenskill sein Und nicht irgendwas anderes Tja Haben hier immer noch Geld drauf? Erreiche System Anspruch des Pontifex Erreiche System Gesegnete Vision Ich sehe nur einen einzigen 3 Sterne Kapitän Ich glaube besser zu sein als mit Erreiche System Reiner Blick Erreiche System Weiter Kontakt Erreiche System Erreiche System Argen Prime Jetzt müssen wir nochmal den Kapitän der Kranich nehmen Erreiche System Artiquas Entscheidung Quatsch, warum? Ich höre den Kapitän Ich höre den Kapitän Ach für so einer Autopilot Ausgeschaltet Naja Dann gucken wir nochmal Informationen Aber jetzt sieht das tatsächlich richtig aus Und dann haben wir den Fortgeschrittenen Bergbau Nividium, Silizium, Erz Und vielleicht auch Eis Also eigentlich alle Im Weltraum für Ankern Maximale Sprünge 3 Bestätigen Sehr schön Nach dem ganzen hin und her einmal speichern Auch wenn die Kranich jetzt zwei Leute verloren hat Auch wenn die Kranich jetzt zwei Leute verloren hat Wie viel Geld hab ich jetzt? Wie viel Geld hab ich jetzt? 200.000 200.000 unterwegs Was war das? 300.000 oder so? Weil die noch auf der Station waren So Ich kann mal ganz kurz gucken Wir haben ja ein paar Missionen Was ist? Blödsinn? und das ist das gleiche Ich würde sagen, das Problem ist, dass hier wieder ein Xenon rum her schütt Der ist schon ganz gut angeschlagen Und der ist weg So, dann komm du mal daraus Verteidigungsdrohne, Kurzstreckentransporter A Eigentlich sind alle Geschutze draufgerichtet, aber Ich würde trotzdem Wenn ich auf die Station mittresse Autopilot eingeschaltet Da war eigentlich Ich habe gezeigt, dass man darauf liegen soll Leerer Raum Autopilot ausgeschaltet Denken Sie daran, etwas Abstand zu halten Wir wollen keinen unnötigen Verdacht erwecken Falls Sie das Schiff aus den Augen verlieren Vestrell, Verteidiger Was, wenn ich das Schiff aus den Augen verliere? Was, wenn ich das Schiff aus den Augen Soll ich jetzt ran oder soll ich nicht ran? Vestrell, Verteidiger Sie entkommt Bazar, Angreifer Vestrell, 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 Vestrell Können wir hier nicht irgendwo Geschwindigkeit anpassen? Ja Das ist eine Kombination, müsste ich mir mal angucken dafür Was hast du? Mhm 5000 Airs dabei Oh, nicht in die Richtung Da sind Xenon Aber gut, die Xenon sind das hier hinten Ist das wieder Das ist wieder das Flaggschiff, aber das ist schon fast kaputt Inzwischen Hat sich das gerade schon Repariert sich das gerade? So krass? Das ist wohl doch nicht kaputt Die Frage ist jetzt Wo fliegt denn die Kranich hin? Da drüben Okay, das dauert dann auch noch ein Weilchen Eigentlich Müsste ich hier mal abändern Erz Und Eis Nur die beiden teuren Sachen bitte So, aber durch die Kranich sollte jetzt tatsächlich ordentlich Geld reinkommen Auch wenn die jetzt natürlich lange unterwegs ist Durch den neuen Käpt'n Aber dadurch kann sie eben auch öfter handeln Ansonsten würde sie ja irgendwo was abliefern Dann wird ja nichts mehr benötigt Eine ganze Zeit Und so kann sie halt immer switchen Je nachdem wo gerade was benötigt wird Sollte insgesamt halt ein bisschen mehr bringen Dann kommen sie näher ran Sprungtor Morgenstern Kestrel Verteidiger Hey, stopp! Hey, stopp! Gut, dass wir uns wiedersehen Vergessen Sie es Wir scannen jetzt das Schiff Sieht ganz so aus Als hätte unsere Beute schon Bekanntschaft mit der Polizei gemacht Wohin soll es gehen, Pilot? Ich bin meines Zeichens ein Produktionsspezialist Und werde dringend von einem Kunden erwartet Ich will Ihnen gerne ein Muster geben Aber leider bin ich völlig ausverkauft Die Piloten vom Pakt sollte man wahrlich nicht unterschätzen Der Scan hat sich zergeben Sie können weiter fliegen Ganzlichen Dank, Offizier Falls unser Ziel schon Polizei bekannt ist Dann sollte ich auf Ihre Akte zugreifen können Fragen Sie besser nicht Gibt sie mir so dermaßen Gas Sie entkommt! Sie ist in den nächsten Sektor geflogen Dann machen wir das doch auch Oh oh, aufgepasst! Das ist nah genug Und sind Sie nun von der Polizei Oder sind Sie von diesem Hattvika-Abschaum? Oh, jetzt betiteln die uns schon als Hattvika-Abschaum Das ist gut zu wissen Sorgen Sie dafür, dass Sie weiter schwafeln Beleidigen Sie nicht meine Intelligenz Ich weiß, dass Sie mir folgen Ich bin stolzes Mitglied des Paktes von Grüne Schuppe Stören Sie uns nicht! Es ist immer ein erfreulicher Anblick Wenn jemand die Arbeit richtig erledigt Unser Leutnant hat Besseres zu tun Und als Sie zu belustigen Er wird Ihnen schon Manieren beibringen Das heißt dann, dass der Leutnant ein männlicher Teladi ist Warum? Kommen Sie zurück Dann schauen wir uns an, was wir in Erfahrung bringen konnten Und ich dachte, es gibt keine männlichen Teladi Autopilot eingeschaltet Erreiche System Attiquars Entscheidung Sooo, wie lange liegt sie denn noch? Kommt gerade an Es ist schon leer Okay Und das hat jetzt wie viel gebracht? Nix Okay, die hat eingekauft, das ist klar Aber wo ist denn Merkwürdig Oder sind die doch noch am Handeln? Wir sind glaube ich noch am Handeln, ne? Ja 289.000 mit Erz Ist auch nicht so verkehrt Wo ist das für eine Mission? Tüte Gehört zu wem? Zum Teladi-Unternehmen? Ne Undockerlaubnis erteilt Das machen wir mal nicht Oh, das ist meiner Eigentlich kann ich mir ganz ein kleines Schiff mal verkaufen Die werde ich nachher nicht mehr brauchen Außer Jäger Beziehungsweise Bomber Erfolgreich angedockt Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen Nemesis Angreifer So Wie machen wir das jetzt? Ich kann gerade mal überlegen Das Geld, was jetzt reinkommt In die Station Oder in weitere Große Schürfer Das ist natürlich auch beides was Oder Guten Tag Theoretisch Theoretisch wären natürlich auch Ähm Gute Gute Piloten möglich Wo habe ich denn jetzt gerade eben einen weggeholt? Da war es nicht Da war es auch nicht Das war doch einer von diesen Der hier, ne? Hm Vielen Dank Ich werde mein Bestes geben Um Ihr Vertrauen in mich zu rechtfertigen Das könnte ich auch für eine Million mal einen Piloten kaufen Freut mich, Sie in einem Stück wiederzusehen Das war ein wirklich hektischer Tag Und, was konnten Sie in Erfahrung bringen? Der Kollege hier ist jeden Credit wert, den Sie ihm bezahlen Unser Ziel war in der geheimen Lieferung illegaler Waren verstrickt Unsere Beute ist bereits Polizei bekannt Die Polizei könnte also einige interessante Infos besitzen Damit können wir zumindest etwas anfangen Ich bin sehr zufrieden mit den Daten, die wir sammeln konnten Und was sollen wir Ihrer Meinung nach jetzt tun? Es ist endlich an der Zeit, an den Pakt von Grüne Schuppe heranzutreten Wir plaudern etwas, finden heraus, was sie wollen und verschwinden wieder Und dann? Es liegt ganz an euch, eure Ziele zu erreichen Ich kann nur Vorschläge machen, wie es gehen könnte Ich habe das Gefühl, dass mich dies einiges kosten wird Es wird alles glatt laufen, wenn ihr euch an meine Instruktionen haltet Dann mal auf in die Höhle des Löwen Jo, das machen wir jetzt noch Geh mal direkt rein So, wie weit muss ich jetzt? Wir sind nun mit dem Leutnant vom Pakt Über den stellen wir jetzt schon seit geraumer Zeit und Dossier zusammen Er verlangt unbedingten Respekt Und sammelt für sein Leben gern wertvolle Sachen Ich denke, wir können ihm ordentlich Honig ums Maul schmieren Wenn wir ihm ein schönes Geschenk mitbringen Ich habe hier eine Liste von Stücken, die ihm gefallen könnten Ich verlasse mich auf Sie, um sie zu beschaffen Wir sind noch nicht fertig Kommen Sie zu mir auf die Station vom Pakt Ich schaffe Magnetstein, wo kriegt man denn einen Magnetstein her? Üblicherweise Asteroiden oder Händler Wahrscheinlich nicht bei dem hier, ne? Hightech-Fabrik Andocken abgebrochen Andockerlaubnis erteilt Wo denn? Ich schäme doch nochmal auf Wir sind erfreut, Sie auf uns zu begrüßen Hallo Jetzt bin ich auch noch die falsche Richtung gelaufen Ich bin zurück wieder jemand guten tag nicht bekannt vielen dank ich werde mein bestes geben um ihr vertrauen in mich zu rechtfertigen ich habe mir scheinbar beide geliebt von der lumme was ist das denn jetzt schon wieder so muss doch der händler bereich nur mehr kann ich helfen bitte sehr er hat natürlich nichts entsprechen das guten profit ihnen nemesis angreifer Magnetstein wo kriegen wir jetzt einen Magnetstein her er sammelt jetzt die Lithium wir können uns einmal ganz kurz den Sicherheitscontainer angucken warte mal blau 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 das Schiff kann nicht sein das würde ich wahrscheinlich schon sehen da ist aber vielleicht doch ein Schiff da ist noch einer da ist noch einer so das machen wir aber das machen wir so sicher ist sicher die Schiffswaffe ist deswegen sehr schnell kaputt sogar so schon kaputt was da drin ist kann ich so nicht das ist was neues da war so eine springfalle drin da kann ich den container eigentlich vergessen da kann ich mir den anderen container genau ja 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 ich ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist auch weiter unten Den wollen wir, vielleicht Paketenbeerweiterter Bazar, Nova, Angreifer Anders finde ich jetzt nicht auch gleich, wenn das fliegt Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell Versuche es jetzt mit den Schiffswaffen Aber das wird mit Sicherheit daneben gehen Egal Wir sind schon wieder bei 1,6 Millionen Das ist hin und baut Stationen, hatte quasi Entscheidung Was baut denn jetzt schon wieder? Das sehen kann ich nicht Das Ding hier ist halt übelst nervig Ja, dann Von welchem Händler fliege ich denn mal? Wer wird das wohl haben? Eigentlich keiner von denen, oder? Was ist das denn hier fliegen? Den Befehl würde ich gerne entfernen Ja, keine Ahnung Aber eigentlich brauche ich dich auch nicht mehr Verkaufen dich mal So, und im anderen Tag der Zeit würde ich vielleicht doch sagen Dass ich hier erstmal einen Cut mache Und dass wir dann beim nächsten Mal auf die Suche gehen Nach dem Magnetstein, glaube ich Was macht er hier? Ah, er Er leert immer noch Okay, der hat kein Logbuch Aber wir haben ja hier ein Finanz- bzw. Transaktions-Blogbuch Und der hat, glaube ich, wirklich erst genau das Einzige Mal hier abgeliefert Jetzt dauert das halt ein bisschen, bis er dann mit dem Silizium fertig ist Ja, da hat der 202.000 272.000 gemacht Naja Das ist mit den Schürfern natürlich schon angenehmer Der hat auch nur 43.000 gemacht Aber der hat eben vorher auch nichts ausgegeben Wenn man bedenkt, dass das ein M-Schiff ist Und das ein L-Schiff ist Okay, wie gesagt Beim nächsten Mal machen wir weiter Und bis dahin Vielen Dank fürs Zusehen Und Tschau Tschau